Ich habe keine Angst vorm Sterben. Wenn ich sterbe, weiß ich, dass ich den Tod nicht selbst entscheiden kann, dass der Tod mir so wie die Geburt von Gott gegeben ist und das Leben auch im Tod wieder genommen wird. Was ich mir wünschen werde, ist, dass ich im Kreise meiner Familie einschlafen darf, dass ich in Frieden die Welt verlasse. Ich möchte keine Apparate Medizin, ich möchte, wenn möglich, zu Hause sterben, wenn nicht möglich, auf einer Palliativstation im Hospiz. Und was ich ganz klar für mich sagen kann, dass ich den assistierten Hütze ablehne. Wenn ich ein langes Krebsleiden habe, möchte ich mit allen Mitteln der Palliativmedizin sterben. Ich möchte keine Apparate Medizin haben, ich möchte, dass man mir die Möglichkeit gibt, nicht zu verdursten, nicht zu verhungern und ich möchte keine unerträglichen Schmerzen erleiden. Wenn es erforderlich ist, bin ich auch mit einer Palliativen Sedierung einverstanden, aber wie gesagt, mehr nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020